Ich bin hier ein bisschen aufgedeckt, ich habe hier etwas mehr als gewollt und hier dann dementsprechend etwas weniger als gedacht. Wir werden zu Anfang hier die drei Nebenquests machen, obwohl eigentlich könnte ich mir auch die vierte da hinten gönnen. Kommt, wir gönnen uns jetzt die anderen auch noch. Dann gehen wir erst zu der, dann zu der, dann zu der und von der aus gehen wir dann weiter zur Hauptquest. Dann haben wir auch gleich hier schon zwei Stück, wie man sieht, ich habe da ein bisschen viel, hoppala. Da kam so eins zum anderen und dann, oh ich habe immer noch leicht den Alkohol. Der ist so nervig, dass das jetzt jedes Mal zum Anfang ist und da redet man nach dem Port. Ich hoffe, das ist kein Blut. Schwein, du Banausinn. Rüffelinchen ist mehr als nur ein Schwein. Sie ist einzigartig und die schönste weit und breit. Soll ich euch zwei lieber allein lassen? Bitte gerne. Nur nicht aus den Gründen, die du andeutest. Du verwirrst ihre zacken Nase mit deinem modrigen Geruch. Manche mögen meinen Geruch. Also ist sie ein Pilzschwein. Ich hörte von solch seltenen Tieren. Pilze. Sie erschnüffelt Schätze. Schätze? Der Eppinger Wald ist voll davon. Und Rüffelinchen findet sie. Ah, sie hat eine Fährte. Komm, ich zeig's dir. So ist es gut, meine Liebe. Finde Reichtümer für uns und du wirst die süßesten Beeren zu Abend essen. Ja, ja, er kommt hinterher. Alter, wie schnell ist das unterwegs? Oh, graue. Mie, mie. Bis jetzt ist hier noch nix. Ich lespele halt immer noch ein bisschen. Das ist echt nervig. Oh, ich hab das Trinken vergessen. Ach, er muss dann auch noch buddeln. Boah, noch mehr olle Socken. Räuber lassen sie herumliegen und sie wird von diesem gottlosen Gestank angezogen. Vergebene Liebesmüh. Ich lege mich hin. Wenn Rüffelinchen wegrennt, folge ihr bitte, ja? Was sie findet, teilen wir. Socken kannst du behalten. Jäi. Lauf, Rüffel. Finde etwas schweres und teures. Was ist das? Ja, gute Ausbeute. Schön, Rüffelinchen. Du bist wirklich die beste. Na ja. Los, Rüffelinchen. Renn als wäre der Fenriswolf hinter dir her. Hm. Du könntest es mit Gulenbusti aufnehmen. Oh, das ist schon cooler. Wurdest du auch von Zwergen erschaffen? Oh, was täte ich nicht für ein Tier, das so klug ist wie du. Ist das Sarkasmus? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das ernst meint. Da. Was? Von wo? Schnappt euch das Schwein! Seine Nase ist Gold wert! Okay. Wow. So, mein Schätzchen. Diese stinkenden Schurken behelligen dich nicht mehr. Steht da ein bisschen abseits davon. Wir, die findet jetzt eine Blume. Hä? Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Ein Besteck. Wow. Es müsste rein von der Logik her das sein, dass am weitesten links ist. Ich hoffe es mal. Wir, Fädchen. Wir machen sie alle fertig. Scheint auf der anderen Seite zu sein. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ich erinnere mich. Leicht dunkel dran. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermunen. Ja, das könntest du tun. Du würdest aber auch einfach schneller reiten. Ja, und die anderen, die sind dann... Oh, hoppa. Verzeigen wir dann. Ja, dann müssten wir gleich da sein. Sehr idyllisch hier. Mit dem leichten Wind. Hat so ein bisschen Frühling-Feeling. Was war denn hier nochmal? Wer soll dann deine Taten besinnen? Erstmal muss das Schweinchen hier weg. Aber und noch mal, wie viel Leder die geben. Lass mir hier die Notiz angucken. Gekritzelte Nachricht. Lass diese Frau nicht frei. Sie folgt uns und verbreitet den Unsinn. Ich glaube, dass mir von ihren Fersen tatsächlich die Ohren bluten. Ne, dann befreie ich sie mal. Warum warst du festgebunden? Ein kleines Missverständnis zwischen mir und den guten Menschen aus den umliegenden Dorfschaften. Wie ist dein Name? Eivor vom Raben-Clan. Nun habe ich dich befreit, also gehe deinem Leben nach. Warte! Darf ich fragen? Der liebliche Klang deiner Stimme. Dein starker, göttlicher Gang. Du bist eine Kriegerin, nicht? Eine einsame Barke, die auf den Wogen der Gelegenheiten treibt. Wohl an, was sehe ich da am Horizont? Abenteuer? Ich, ähm... Die Sterne haben unser Treffen angekündigt. Ich bin Bardin Asvik, die Schmeichelnde. Schon von mir gehört? Nicht schlimm. Das Schicksal schickt dich zu meiner Anregung. Nein. Ich folge dir und hülle deine Heldentaten in Dichtkunst. Wow! Keine große Sage, Aver! Das will ich nicht. Aver spannt den Bogen fest, bis sie den Pfeil dann fliegen lässt. Aver flieht vor dem, was war. Ja, sie hält und macht sich rar. Ja, da gehst du mir auf den Sack. Na, was hältst du jetzt davon, ne? Habt ne Kiste kaputt gemacht. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Aver inne und stellt sich tot. Ey! Nicht nett. Flotter Fuß und stolzer Gang. Dich bedicht ich stundenlang. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss! In deinen Fußstapfen zu wandeln. Lies mich am Krug der Eingebung nippen. Du bist der Sinn meines Lebens. Wow! Als ob ich der 33 Silber gebe. Als ob das mit den 33 Münzen funktionieren würde. Wenn da schon... Ne. Ich gebe dir kein Geld. Ich bring dir einfach um. Geld? Du beleidigst mich. Ich bin Künstlerin. Seelenloses Silber nährt mich nicht. Dichtung ist mein täglich Brot und Met. Also hoffe ich, dass das hier nicht blutig enden muss. Blutig? Schändlicher Judas, nein! Ich verabschiede mich. Ja. Aber es sieht nicht als... Das Ereignis wurde nicht abgeschlossen. Was? Hätte ich denn Münzen gegeben? Ne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Daraus wird keine große Sage, Eivor! Tu etwas! Irgendwas! Eivor flieht vor dem, was war... Nein, jetzt retz sie mir schon wieder hinterher! Geh weg! Gibt's hier irgendetwas, was ich machen kann? Ne. Aber während sie blubbelt, kann ich mir kurz das Wasser holen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich tot. Daraus wird keine große Sage, Eivor! Tu etwas! Irgendwas! Ah, ich kann sie wieder ansprechen. Es reicht! Lauf mir nicht nach! Blöde Kuh! In deinen Fußstapfen zu wandeln! Lies mich am Krug der Eingebung nipp! Gut, das wissen wir ja schon alles. Ja. Schluss jetzt! Ich werde mir dein Gefasel nicht länger anhören! Erst war der Hunger und nun sieh her! Ein Festmahl! So lebe denn wohl, Eivor vom Rabenclan! Deine Heldentaten werden durch mich weiterleben! Ich danke dir! Aber bitte, geh endlich! Du verpiss dich! So lebe denn wohl, kühne Helden! Vielleicht sehen wir uns wieder! Götter, hoffentlich nicht! Naja. Das war's mir wert. Ich glaube mit 33 hätte es dann auch schon gelangt. Aber dann hätte ich es mehrmals machen müssen. Hm. Aber 165 mit dem Silber bin ich eigentlich zur Zeit gut dran. Dass ich da nicht geizig sein muss. Oh! Möchenlang! 300? Hier, zu den 300 müsste ich. Zack! Okay. So Bötchen, du wartest hier. Ich komme später vorbei. So. Ein bisschen schneller. Damit wir auch irgendwann am Ziel ankommen. Hopp! Ah! Da sind wir ja schon. Hier! 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 Ach schon wieder Schweinchen! Oh! Hoppala! Ja! Ja! Die anheb... Was ist mit dem Schweinchen los? Das ist mit dem Schweinchen los. 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 Aber das sind bestimmt mehr als zwei. Ja! Ach guck mal ein Schlüssel. Ne sonst... Sonst ist hier nix. Nix. Hallo! Wie das war's? Hat er nicht eben noch geredet? Er hatte große Angst. Er dachte, er wäre verflucht, weil er eine Wölfin und ihr Junges getötet hatte. Was? Was ist das denn für ein Lappen? Nur weil er ein Tier getötet hat? Gut, wenn das noch Spaß gemacht hat, dann ist er schon ein Lappen, aber... ...wenn er es fürs Essen gemacht hat, ist doch alles fein. Naja, das war irgendwie ein sehr kurzes Ereignis. Gucken wir mal, ob das andere ein bisschen schöner ist. Da ist er hier zum Glück gleich um die Ecke. Ah, ne. Nein. Nein. Ich bin hier, alter Mann. Ich höre dir zu. Vor kurzem kamen drei junge Männer zu mir. Maulhelden voller Eil und Sünde. Der Tod hatte ihnen einen Freund genommen. Also zogen sie aus, dem Tod eine Lektion zu erteilen. In Nerish, wir Nordleute wollen den Tod nicht beherrschen. Wir heißen ihn willkommen. Ja. Doch sie verlangten dreist von mir, sag uns, wo wir den Tod finden. Du bist alt. Du musst es wissen. Sucht nicht weiter, sagte ich. Er ist unter der großen Eiche im Wald hinter mir. Und dort gingen sie hin. Also soll ich hinter die große Eiche hinter ihm? Die Geschichte, die sich im Kopf festsetzt wie ein Albtraum. Ist das die große Eiche? Gucken wir mal, da hinten rennt wer. Na gut, rennen würde ich das nicht nennen. Er läuft. Okay, der ist uninteressant. Große Eiche hinter ihm. Das wäre ja dann die hier. Ist das die große Eiche, von der der Mann sprach? Tod. Das meinte der alte Mann also. Aber was ist hier geschehen? Seine Blässe deutet auf Tod durch Vergiftung hin. Durch das Fleisch. Und nachher wohl greifen wollte, frage ich mich. Essen und Bier. Aber warum hier ein Lager aufschlagen, wenn sie den Tod suchten, wie es der Alte erzählte? Ja, damit sie sich mit dem Essen vergiften können. Das waren keine Räuber. Oh. Von Gift getötet. Keine Kampfspuren. Er wurde jedenfalls nicht gezwungen, es zu nehmen. Und hier ist das Gift. Silber. Oh. Das spielte zweifellos eine Rolle in dieser Geschichte. Die drei Männer fanden einen versteckten Schatz unter dem Baum. Sie machten Rast, um die Beute zu tragen. Zwei von ihnen hintergingen den dritten. Aber er war ihnen ein Schritt voraus. Er hatte ihr Bier vergiftet. So trieb das Glitzern des Silbers diese gierigen Narren zu Mord. Also haben sie den Tod tatsächlich gefunden. Oder der Tod fand sie. Hm. Oh, das war schon cool. Wenn jetzt der alte Mann weg ist. Oh, das ist dann ja ziemlich creepy. Das war er der Tod. Ja, ist weg. Oder? Scheint weg zu sein. Fragment. Und beim großen Baum nördlich der Ruine im Herz des Waldes östlich von... Okay. Ah. Das ist dann einer von diesen Schatzkarten. Die die dann aufgedacht hat. Völlig silber. Sehr lächerlich. Dafür mache ich mir noch nicht mehr die Arbeit den Ladebildschirm zu ertragen. Das sind wieder ein paar Wildschweinchen. Ein paar sind gut. Da hinten sind ja auch noch welche und da sind auch noch welche. Mit der macht gerade nen Fight. Alter, alter. Oh, wie perfekt ich allen ausgewichen bin. Ah. Mhm. Okay, das wird jetzt ein bisschen asozial. Ich denke, sobald einer weg ist, wird es leichter. Ey, was ist das denn hier für eine Armee? VTF? So, jetzt habe ich es aber. Looten nicht vergessen. So, wunderbar. Oh, 19 Leder hat der eine gegeben. Weiter geht's! Wir sind die Probi anvoll. Oh, dann habe ich eben wieder Probi anbekommen. So, dann machen wir mal die Hauptstory weiter, würde ich meinen. Oh, dann habe ich eben wieder Probi anbekommen. Sühnen, leite mich. Sie? Ne. Ah, da. Weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene, neugeborene freien Willen? Ja, äh, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine hohen Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Bin ich mir nicht so sicher. Du hast Fulke gefunden? Wir verschwenden Zeit. Was will Fulke mit Sigurd? Oh, das ist beides ziemlich... Na gut, das mit verschwenden Zeit ist nicht keine sinnvolle Antwort. Aber das wissen wir ja eigentlich schon. Mach ich das mal so. Das interessiert mich eigentlich. Was in Mercia geschah, verstehe ich noch immer nicht. Fulke sah etwas in Sigurd. Eine Kraft, ein Vermächtnis. Worauf ist sie aus? Ihre Beweggründe sind schwer zu greifen. Aber das kann warten. Finden wir zuerst deinen Bruder. Ja, wenn wir das tun, wirst du dir das Recht auf meine Freundschaft zehntausendfach verdient haben. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Eine Heidin und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Gräuel. Stimmt. Aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Künebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen. Und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Lass uns mal starten. Wenn du allein warst, etwas Frieden finden? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht. Der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt heitarm wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel. Aber es erklärt nicht, was du in Seagurt siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Der Depp ist jetzt nicht so gut geklappt. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Basim sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Ava wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Ava. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Lass rund heraus, was du willst, Abt. Wo ist Fulke, der Paladin? Äh. Sag rund heraus, was du willst, Abt. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Bassin. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust. König Elfret hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen, um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Willst du nicht selbst Aldermann werden? Elfret wird darüber nicht froh sein. Und Fulke? Ey, ich bin noch nicht besessen und frag die ganze Zeit Hund. Was ist mit Fulke? Fulke, 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 Fulke. Wird darüber nicht froh sein. Komm hier. Warum tötest du ihn nicht im Geheimen und ersuchst Elfret um den Sitz? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden der Puppe ziehen. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Volkernstern gibt es den besten Fisch in Westsaxe. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkernstern. Ich sehe dich dann in Volkernstern.